Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde EAFC24. Und heute spielen wir gegen Leverkusen. Ja, und ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass einige wollen, dass ich in einer Nationalmannschaft Trainer werde. Das heißt, ich könnte auch bald Nachrichten darüber erhalten. So, lieber springen und legen wir mal direkt los. So, wir spielen ja jetzt gegen Bayer Leverkusen. So. Missed. Eh, ich hatte nicht in Bayer Leverkusen. Oha, Missed. Ja, und das ist Abschluss für mich. Okay, so. Jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen konzentrieren. Ich versuche mal jetzt hier oben so ein bisschen weiter zu kommen. Ja gut, funktioniert nicht, weil kein Mensch dort ist. Patz 1-0 für FC Sonnens. Kall. Okay, das ist gut. Oh, ich habe genauso dann gefoult. He, kurz Beinchen gestellt. Ja gut, ich muss halt jetzt abwehren. Das hätte ich machen sollen, ey. Ne, egal. Okay. Okay. So. So... Bei Windleister. Das ist jetzt Blue. Komm schon. Ja, Junge, wo schießt der hin, Alter, ins Nichts? Das war ja komplett der Dingsbums. Egal. Okay, das könnte was werden. Ja, bam. Stark. Ja, okay, das ist cool. Okay, die Halbzeit ist auch gleich rum. Der pfeift jetzt, wenn ich abschieße. Jo. Ja, wie gesagt. Ja. Okay. Gut, spielen wir die zweite Halbzeit. Ja, beide Tore haben weggeschossen, sehe ich gerade. Ja, was war das denn? Mist. Mist. Ja, ist auch wieder neben gewesen. Aber, war eine gute Schuss, äh... Dingens. Also, er hat gut geschossen. Er kam nicht dran, was ist das denn für ein Opfer? Ups. Das ist, glaube ich, gelb. Oder ist das gelb? Scheinbar nicht. Ich habe keine Karte gekriegt. Geil. Die Schiedsrichterin ist einfach für mich. Auf. Au. Ja. Bats. 3-0. 2-0. Okay. So. Ja, das war definitiv die Tore. Tief-Foul. Ähm. Alles klar, was war das jetzt gerade von mir? Perfekt, der hat gehalten. Ja, wir haben gewonnen, Leute. So sieht das aus. Geil. Wieder ein... Nein, kein Interview. Warum wollen die immer ein Interview haben? Und warum ist hier Schnee? Oh, Champions League fängt an. Jo, die Champions League. Ja. Hallo, Konnen. Zaya. Julian Young hat vom ausgeglichen Trainingsplan nicht profitiert. Wenn Julian Young nicht nur auf die Bank sitzt. Knauze. Mach hier meine Dinge. Dank einer starken Abwehrleistung von FC Sandow beliebt die Mannschaft von Zaya beim 3-0 Sieg gegen Bayern 0. 4 Leverkusen ohne Gegentor. Jo. Die Experten und Fans sind gleichermaßen von den Leistungen von Milo Wolter in letzter Zeit beeindruckt. Und er gehörte mehr jedem der letzten Spiele von FC Sandow zu den besten und es lohnt sich ja auch das Team of the Week. Hä. Ich seh dann nur FC Sandow. Okay, so machen wir mal nichts mehr. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Liken, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Labor vorbei, der jetzt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt mir doch mal Kontakt. Haut rein, Leute, euer Sandow. Ciao, ciao.